In der Dentaprime Zahnklinik herrschen allerhöchste Hygienestandards. Die Türen öffnen sich per Gesichtserkennung, die Begrüßung erfolgt kontaktlos und es gilt eine Maskenpflicht. Direkt nachdem Sie die Klinik betreten haben, werden Ihre Schuhe gereinigt. Dies ist wichtig, damit keine Keime über die Schuhsohlen in das Gebäude gelangen können. Nach der Anmeldung erfolgt deshalb eine zweite Schuhreinigung, bevor Ihre Sohlen mit einer besonderen Schrumpffolie überzogen werden. Denn Studien zeigten, dass über Schuhe extrem viel Keime in Klinikgebäude hineingetragen werden. Im Anschluss desinfizieren Sie Ihre Hände und dürfen kurz im Wartebereich Platz nehmen. Bevor es zur Behandlung geht, bekommen Sie eine OP-Haube sowie einen OP-Mantel. Die Schutzkleidung verhindert, dass Sie mit Ihrer Kleidung Keime in die Behandlungszimmer tragen. Selbst die Luft in der gesamten Klinik ist keimfrei und auf Reihenraumniveau. HEPA-Filter und UV-Leuchten entfernen alle Keime, einschließlich Viren, aus der Luft. Das gesamte Personal, nicht nur in der Klinik, sondern auch in den Hotels, wird laufend auf Corona getestet. Auch Sie selbst erhalten am Ende Ihres Aufenthalts einen kostenlosen Corona-Test für Ihre sichere Rückreise.